In Lissabon, hier kommt uns vor einigen Jahren in so einen Zustand, da man nur einen einzelnen Seemann aufgebaut hat und wieder aufgebaut hat. Also heute ein Restaurant, ein Museum, wo ich vielleicht wieder heiraten sehe, was ich nicht unbedingt schön finde. Weil, naja, die alte Tradition am Montpellier-Maritme ist natürlich die alte Seemann-Maritme, genau die erste Nacht im Kapitän, wenn man sich sowas antwortet weiß ich nicht. Auf jeden Fall, meine Gäste hoffen, dass euch die Reise noch sehr gefallen hat, wenn wir dann morgen wieder in Sicht. Also, wenn das der Fall ist, dass es so ist, dann können wir hier mal kaufstehen. Und dann kann man auch nicht kaufstehen.